ja hallo hoho auch mehr genau und das war wieder um kommt zur nächsten Folge und nicht und wir fangen gleich an und hoffen dass wir endlich mal jetzt endlich diesen Scheiß finden bis jetzt fast überhaupt nicht mehr da kommen aus dass wir herausgefunden haben dass wir ihre Haus zerstört haben Luftballon mhm und bei Puff kam sie aber er hat mir den Schiff immer dabei ja genau dafür war er wahrscheinlich ja und momentan ist die Tante nicht da wahrscheinlich ist die ganze Sicherung gerade rausgeflogen also vom Staubsaugen ach so wenn ich... jetzt finde ich... jetzt weiß ich was ist er sprintet nur so kurz und zwar so lang wie es geht ja ich brauch nur einmal kurz Schiff drücken und dann sprintet er verstehe 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 ja dann guck mal nochmal hier ob wir hier vielleicht doch noch irgend was finden ja was ich eigentlich jetzt nicht glaub weil das kann ja eh nicht sein ja mit dem Herzklopfen das bringt überhaupt nichts das sagt nichts ob wir hinterher dran sind sondern einfach nur wenn wir nicht zu weit lang nicht im Zimmer waren weil jetzt ja scheinbar geh nochmal ins Büro da ins Büro ins Büro mhm aufs Büro aufs Büro aufs Büro aufs Büro aufs Büro ja was kann ich denn hier machen jetzt kriege ich die Leinwand hoch wisse dahinter eh ne das ist doch... Moment wo ist denn der Pro... ah da oben ist der Projektor aber ich kann ja nicht springen gell? jetzt hast du das nichts gell? nein ach so ach so ich glaub ich bin letztes Mal gar nicht hängen geblieben die hat's weggeschoben sondern das war automatisch von ihr wieso kriselst du denn da so oder was? da fliegen doch Staubartikelchen wo ist da Regen draus? ach so ich dacht schon jetzt müsste hier herkommen und hier mal ein bisschen Staubsaugen ne 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 versteck dich dauernd drunter flichtest du da was? ne da war ich doch schon mal drunter glaub ich fleißig Beamte die fleißigen Beamten hocken unterm Tisch und machen nix während die anderen Beamten die Karten spielen mhm wieso geht denn da nix? und wofür kann ich da überhaupt klicken? vielleicht wenn's oben ist ne aber da müssen sie nur mal ins Klo rein oder? ins Klo? das Kacken ne aber weil ich hab's ja vorher schon mal bemerkt wenn ich im Klo drin bin geht das Ding hoch aber davon hab ich da auch nix hörst du jetzt auf mit deinem Griff? klopfe da ey du nährst mich langsam Olawei muss dem sein Herz so klopfen stört voller hört man nix ha? pfff pf 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 spiegelt sich das nur? ne spiegelt sich nur okay pf Ach, die ist, glaub ich, grad am Klo, jetzt... Aaaaah, die muss kacken. Gucken wir mal. Ah, nee, ist nix. Ist das zu? Gibt's denn was? Ach, vielleicht hat die jetzt vielleicht schon... Vielleicht muss man so einen Schlüssel finden, weil sie da den nächsten Schlüssel versenkt hat. Ja, vielleicht hat sie uns gesehen und es so einen Schiss kriegt, dass sie jetzt da... Jetzt hat sie was in die Hose geschissen, ja, und das passiert. Jetzt leiden wir das oben, nee, oder? Was? Nee, rollt nicht mehr hoch. Ach, 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 das wollt ich wieder machen? Mhm. Schön. Ah, wunderbar, nee, das lasse ich jetzt. Was, wie sind denn? Blub, blub, blub. Stell das. Ballöhne. Das ist aber ein bisschen was anderes. Ach so, hier war ja allerdings ganz... Auf irgendeinem Klick. Vielleicht da unten das Ding da, die Steckleiste da... Links... Steckerleiste? Nee, ja, das Ding da, wo das... Meinst du das? Wo die drin steckt. Da gibt's auch nix, oder? Nee, da kann ich nix. Und im Verteiler kann ich vielleicht drauf stehen. Da macht's knack. Das gibt's ja nicht. Wir kommen ja null voran, ey, das kann ja nicht wahr sein. Hm? 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 Hört ja nicht in die Schubladen. Was? Ach, in die Schubladen? Damit hab ich noch gar nicht geschaut. Nein. Doch. Nein. Ach komm, hör auf. Verarsch mich nicht. Ach so, da komm ich nicht auf. Ja okay, bist du selber blöd. So, kann man vielleicht mit dem Windows machen? Nee, kann man nicht. Da ist auch kein Zettel. Ja, aber das hast du auch schon alles durchgeschaut. Ja, ich weiß aber, was soll ich denn machen? Weiß ich doch auch nicht. Wieso ist es da schon wieder zu? Nee, doch nicht. Darf ich irgendwas? Was steht denn da? Guck mal, ich hab das Peep als ein 3D-Game. Ah ja. Will ich auch nix hier. Ich kann nicht so nix mitnehmen, weißt? Sauer mal, ich kann mal wischen. Nee. Den Zettel kann man ja auch nicht mitnehmen. Hallo. Also nochmal, gucken wir mal hier hin. Nee. Ach. Schau mal her, da ist auch noch n' Raum. Links. Verstehst du, was ich mein? Oh, so rechts da. Oder... Nee, halt. Doch. Ich glaube jetzt verstehe ich... Gegenüber Roberts. Na, 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 na. Der ist rechts unten. Hier. Das ist unser Raum und der vom Hobart. Nicht links. Wer? Hier, der ist rechts unten. Ich weiß doch, Falschraum. Die zwei Gänge. Ich weiß. Dann ist es gespiegelt. Ja, aber warum? Ja, weißt du schon? Das hier... Ja, das hatte ich mir auch schon gedacht. Dann ist es gespiegelt. Das muss dieser, äh... Glasbau sein, da. Gespiegelt ist, Idioten. Genau, weil da ist mir auch der Feuerlöscher, das Abbild. Hier geht's nämlich hier durch, aber da geht's nicht. Ist wieder abgesperrt. Was? Ach, Geld... Du langweilst mich. Echt, Mann? Das ist doch scheiße. Guck dir mal die Wand an. Welche Wand? Die? Nee, das ist auch nichts. Nee, 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 nee. So nicht. Muss mal ein Telefon klingeln. Ein Telefon? Guck mal rein. Hm... Wie Zeit, wann kann man die mitnehmen? Ja, toll, aber was... Da ist da jetzt ein Schlüssel drin, oder? Verarschen? Nee, das bringt... Wir müssen mit der CD. Guck mal jetzt. Ja, aber jetzt bist du denn dein Büro ins Klopf trotzdem. Ja. Was ist denn da? So, dann setzen wir's nochmal... Hm? Ja, toll, das wissen wir doch schon. Guck mal ein Kuli. Guck mal, ob du das entnehmen kannst. Nee, kann... Nee. Nee. Hm. Ja, Gott. Langweilig. Aber echt. Du kommst null voran. Weil ich mein... Ich mein, wir waren jetzt schon in allen Räumen. Hm? Das stimmt doch. Wir haben alles durchsucht. Wieso ist die offen? Ist offen gelassen. Echt? Hm. Dann muss wieder zu. Ich mein, ist passiert. Das hier ja auch Null heißt. Kann man jetzt warten mal kurz. Das ist doch überhaupt nicht für einen Schlüssel. Schau mal, das ist doch zum Drehen, oder? Das ist bescheuert. Heizung aufdrehen geht nicht, geht nicht, geht nicht. Das sieht doch auch so aus wie wenn man einen Schlüssel... Nee, kann man auch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist einfach nur ein bisserl nervig, weißt. Kann ich denn hier? Nee, sollen wir noch mal vielleicht erst durchgucken? Vielleicht ist jetzt offen. Vielleicht hat das jetzt im Geschäft beendet. Aber... Oder ich schau mal schnell hier rein. Das sieht nicht aus. Und ich verstehe auch nicht, geht nicht. Da geht nix. Das Teflon auch nicht. Nee. Na, diesmal weiß ich nicht, was das ist. Haha. So. Meb. Jetzt geht's doch aufs Klo wahrscheinlich nicht, das ist ne Sauerei. Was? Ist das das zu? He? Muss. Ach, nix. Da ist ja nix, gell? So, ein paar Specken. Geid nicht. Da war doch oben grad was. Oder ist das die Tür? Das war die Tür. Ja. Vielleicht mal ein bisschen Kopf an die Decke hängen. Mal nach oben gucken. Weil die Decke haben wir noch nicht abgesucht. Wenn wir unten nichts befinden, dann musst du umgucken. Könntest du nicht doch springen? Nee, Quatsch. Das war aber anders. Ich mein, irgendwo muss doch ein Schlüssel sein. Das kann doch nicht so schwer sein. Aber hier kann auch keiner drin sein. Weil echt würd ich jetzt hier alles auseinandernehmen. Wenn's auch nur was zu fun ist. Spaß. Oh je, oh je, oh je. Ich mein, das einzige, was wir jetzt noch finden können, ist ein Schlüssel. Guck mal, ob man mit dem Buch da was machen kann. Ich bin hier. Unity. Ja, wohl kaum. Ich mein, ich kann's nicht mehr anfassen. Wenn du das Endleut-Ding da hast, kannst du auch nicht gehen, oder? Ja, wo soll ich's denn abstellen? Ja, nee, aber ja, kannst du gehen. Ja, könnt schon, aber das ist so ne Figur, oder? Hm. Nee, kann ich nicht gehen. Ich mein, wofür braucht man denn die? Hm. Hier ist ja nix, ne? Es ist jetzt nicht auch, es ist jetzt auch gar, überhaupt nix komisches passiert, weißt du? Also im Sinne von... Ja. ICU-mäßig. Ja, genau. IMC. Weil die Jacke kannst du nicht nehmen. Ach so, das ist ein Garderoben-Haken. Aha, stimmt, stimmt, stimmt. Also, jetzt halt, vom Hocker heißt es mich jetzt nimmer. So, weiß ich nicht. Jetzt, okay. Das kann ich vielleicht jetzt aufmachen. Was? Kommt das jetzt her? Check mein... Ach. Jetzt ist es offensichtlich. Ja. Da schnapp. Ja, aber woher sollen wir das denn wissen, ey? Ich mein, das lag doch vorher nicht da. Da schnappe. So. Äh, äh, ist mein Sport. Ja, ja, ist recht. Okay, dann machen wir da wieder zu. Wo finden wir da liegen? Eins, zwei, drei. Ne, ne. Woanders. Ja, weil hier haben wir eine gesehen. Da ist nix drin. Sprecher mal. Meinst? Ja, gut. Kann man schon machen. Schon, oder? Ja, klar. Zwar zwölf Minuten umsonst, aber ja. Oh, 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 oh. Erzähl was. Lass mich in Ruhe. Hör auf zu Staubsaugen. Du kannst nix, du bist nix. Klick. Ding, der wächst wieder an. Süß schon. Mi echelon. Safe. So. Dann machen wir noch ein bisschen, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Wo finden wir da? Geh zum Hausmeister. Ja. Oder zurück mal das Android-Ding an. Nein, da war doch nix. Ja, aufsicht Batterien. Kannst nie die Uhr geben, was? Haha. Also, ich mag Android ja nicht. Okay, ist nix drin. Und weiter. Aber wann kann denn diese Note bitte schön? Also, du weißt schon, was ich mein, oder? Mhm. Das kann doch nicht sein. So, gespeichert haben wir ja. Ich glaub, die lag da wirklich schon. Na, der, 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 komm. Komm, wir haben ja den Let's Plays nachschauen. Aha. Ja. Können wir später nach, ja, stimmt. Also, ich soll hier nachgucken? Ja. Ja, aber hier ist doch nix. Ach, komm. Guck mal ins Klo. Wir haben ja keine Tatal... Vielleicht... Ja, aber... Wir haben doch keine Tatalinen. Und mal ernsthaft, wieso sollte das Klo auf einmal aufgesperrt sein? Ja, plötzlich war sein Tisch auch aufgesperrt. Ja. Nur weil du so eine Notiz aufgenommen hast. Nee. Wann ich hier? Hahaha. Tatsächlich. Ich bin doch echt... Was, wann ich alles im Klo finden, was? Ja, eine. Einer geht's auch nicht. Ich denke mal, wir brauchen mindestens... Ich würde sagen, zwei oder drei, gell? Dann machen wir hier mal wieder zu. Schau mal hier, geht's da jetzt auf? Dann würde ich sagen, verpiss mal uns schnell, bevor die Tante wiederkommt. Schnell, 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 schnell. Das magst du eh. So, was ist das mit der Taschenlampe? Wie kannst du die benutzen? Ach, du musst noch mehr finden. Ja, aber... Hör mal, du... Nichts, Mann. Kuss. 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 Ja, geh. Drunter. Scheißversteck, he? Das ist echt scheiße. Da ist sie. Da ist sie, die Tante. Verpiss dich. Und die macht gar nichts. Ist die langweilig. Jetzt wirst du ja nicht mal spannender. Ja. Ja, nu, geh. Ja, jetzt... Du kannst schon... Komm, das sieht zu Ende oder was. Wirst du nicht bitte weggehen? Komm schon, verzieh dich. Vielleicht darf sie dich nicht sehen. Ja, wenn ich jetzt rauskomme, kommt die auf mich zu. Ich will doch rein! Sag, wieso macht ein Tier auf einmal das da an? Also okay, das gibt's doch nicht. Ach, die Tür auf. Von wegen Licht ist mein Freund. Da in dem Gang ist es... Scheiß hell und dies trotzdem. Ja, vielleicht bin ich übererkennen. Aber hier drin ist dunkel. Komm schon, verpiss dich. Da, Blitz. Mach mal die Tür auf und geh hinter. Also, nicht an ihr vorbei. Die andere Richtung. Du bist hässlich. Komm, 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 komm. Also, komm, ja. Ja, da ist dein Ehre. Versteckt mich. Stecken, verstecken. Um Gottes willen! Ach, sehr drauf gemacht, oder? Das sieht so aus. Ah, komm, hör auf, jetzt hau ab. Staubsortung, ganz später. Du nervst. Jetzt haben wir ein Problem. Ja, jetzt schon. Ha! Wupp, hast du gesehen? Weg ist sie. Jetzt hat es wieder... Ah, jetzt hat es wahrscheinlich wieder eine Sicherung rausgekommen. Ich denke mal, die könnten wir eigentlich auch rausmachen. So. Das war die erste Begegnung mit dieser fetten Tante. Die erste richtige. Jeps. Direkt vorm Speichern wieder, jajaja. Das wäre so, als wenn ich jetzt verreckt wäre. So. Mi echelon. Safe. Safe. So. Ja, ne? So wird auch weitergekommen. Ja, in der Tat. Das ist richtig. Und dann denke ich mal... War's das für diesen Part? Jo, ne? Winke, winke und dann hoffen wir, dass wir ein paar Batterien mehr finden. Das war vielleicht ein Geschäftswahnsinn. Google weiß wo. Nee. Dann wären wir schneller gewesen. In der Tat. Auf jeden Fall, jetzt haben wir die Batterien. Jetzt denke ich mal, jetzt geht es ziemlich gut weiter. Eine Batterie hast du, Lu. Ja, gut, aber... Ja, wir werden sehen. Ja, das sehen wir dann schon. Tante kommt jetzt auch öfters, also das ist schon mal schön. Oh, dann bis zum nächsten Mal. Jo. Winke, winke. Tschüss. Ich bin jetzt jeden Mal. Vielen Dank.